Dankeschön. Meine Damen und Herren, in der nächsten Woche heißt das Thema, man ist so alt, wie man sich fühlt. Na klar. Gäste sind unter anderem der Schauspieler Charles Brauer, der sein Leben erst nach dem 40. Geburtstag so richtig genießen konnte. Die Schauspielerin Michaela May, die sich wundert, wie bedenkenlos mit dem Thema Schönheitsoperationen umgegangen wird. So wie Lord Ralf Darendorf, der als einer von wenigen Deutschen im ehrwürdigen britischen Oberhaus mit Perücke sitzt und sich trotzdem Zeit seines Lebens wie ein 28-Jähriger fühlt. Das muss man erst mal schaffen. Ich hoffe, Sie sind wieder dabei. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zur nächsten Woche. Das muss man erst mal schaffen. Das muss man erst mal schaffen.